Hallo und herzlich willkommen an die Stiere und all diejenigen, die den Stier im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus haben. Mein Name ist Julia Aurelia und ich darf für dich jetzt die Karten legen für den April. Und das Ganze machen wir mit dem Seelenreisetarot, aber auch dem Lenormand. Und ihr fragt schon seit Monaten, hey Julia, was ist das für ein Lenormand, was du nutzt? Ich habe die Verpackung endlich wiedergefunden in meinem kleinen Chaos. Grand Tableau Lenormand Oracle Cards. Ich liebe sie. Das Tarot verlinke ich dir wie immer unter dem Video, das kommt aber erstmal ein bisschen zur Seite. Und was ich ebenfalls habe, ich habe das gerade schon angekündigt bei den Steinböcke. Ich habe ein neues Karten-Set, was eigentlich kein Karten-Set ist. Das nutzen wir gleich ebenfalls. Dazu gleich mehr, wenn ich dazu komme. Jetzt lasst uns aber erstmal eine Karten mischen und die Energie für die Stiere hier reingeben. Also die Energie bitte für die Stiere für den April. Die Energie bitte für die Stiere für den April. Was ist die Energie für die Stiere für den April? Okay, dann lasst uns mal starten mit dem Auslegen. Ich lege die große Tafel mit dem Lenormand. Das heißt, ich lege dir vier mal acht Karten aus und dann die letzten vier ... Moment ... und die letzten vier liegen dann unten drunter. Das ist eines der klassischen Tafeln, der klassischen Spreads, wie man so schön sagt, vom Lenormand. Und ich muss einmal kurz nachzählen. Was haben wir denn hier? Vier und noch eine. So. Jetzt, wo ich das habe, ziehe ich die Karten hier einmal so ein bisschen hoch. So. Ich versuche es ja immer für euch schön auszulegen, dass es so halbwegs gerade ist. Was wir machen ist, natürlich ein Monat ist immer lang. Das heißt, in einem Monat zeigen sich viele verschiedene Situationen in den jeweiligen Lebensbereichen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich schaue mir einfach mal deine Karte an, wo du liegst, was die Karten sind, die sich auf dich beziehen und die um dich herum sind. Und werde damit ein Thema herauspicken, was jetzt im Monat April für dich großes Thema ist. Und du selber bist die Dame im Deck. Also egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist, die Karte, die hier im Deck gleich dich symbolisiert, das ist die Dame. Nummer 29. Es gibt immer auch einen Herren im Lenormand. Der Herr ist hier ebenfalls eine Personenkarte. Also spiegelt eine Person in deinem Leben wieder. Gucke mal, da ist deine Karte. Tadaa. Der Herr spiegelt eine Person wieder, muss nicht zwingend ein Mann sein, kann auch eine Frau sein, ist im Prinzip ein Platzhalter für eine Person in deinem Leben. So. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Und da ist die andere Person. Ja, was es noch zu sagen gibt, ist, dass das Lenormand, du kannst das Lenormand auf verschiedene Arten und Weisen quasi lesen. Du nimmst einmal die Karten, die um eine Person herum sind. Du kannst spiegeln und rösseln und du kannst in die Häuser reingehen, also in die verschiedenen Platzierungen. Das kann für dich, falls du neu bist, ein bisschen verwirrend sein. Dementsprechend lass das einfach rechts liegen oder links liegen und höre dann auf die Botschaften, die quasi hier durchkommen. So. Bevor wir jetzt da reingehen, ziehe ich jetzt eine Karte hier mit dem I Ching. Das I Ching ist etwas, wo man normalerweise drei Münzen wirft und zwar sechsmal und daraus resultierend sind dann verschiedene Hexagramme. Und ich habe mir ein neues Set geholt und nutze das I Ching selber auch sehr, sehr häufig tatsächlich. Und das I Ching ist für mich mega akkurat. Und dementsprechend habe ich jetzt selber mal so ein bisschen getestet. Das ist jetzt recht neu, habe ich das. Und hier kam quasi das Ganze mit einem Karten-Set zusätzlich dazu. Und ich dachte, na, lass uns doch mal das mit einarbeiten. Und ich habe es selber schon für mich benutzt und dachte, ja, I Ching hat wieder zugeschlagen. Hier ist einfach immer mega akkurat. Das heißt, ich möchte jetzt für die Stiere einmal eine Botschaft, die sich bezieht auf die Situation für den April, welche wir auch gleich hier im Lenormand sehen. Was ist die Energie für die Stiere? Da kriege ich sie auch schon. Was haben wir da? Erde 2. Aber guck mal, Hexagramm, was hier in der Mitte einmal direkt durch hat. Was haben wir denn hier? Okay. Also, spannenderweise auch ein Teil, ein Stichwort, was ich schon bei den Steinböcken hatte. Also, falls du Aspekte im Steinbock hast, schau da auch noch mal rein. Auch gerade, weil ich hier schon so ein paar Dinge sehe. Das heißt, wenn du es mit einem Steinbock zu tun hast oder Aspekte im Steinbock hast, schau doch gerne auch da mal rein. Von der Quelle Erfolg kreieren haben wir hier. Als erstes kann es zu Verwirrung kommen, aber später wird man die Situation dann meistern. Und friedliche Kontinuität bringt gutes Glück. Jetzt schauen wir uns das hinten mal an. Partners with creative force in the flow of creation. Partner mit der kreativen Macht im Flow der Erschaffung oder der Kreierung. Also, hier sehen wir schon, es könnte um das Thema Partnerschaft gehen. When you have a MERS constancy, und ich weiß jetzt nicht, was MERS ist, aber ich lese mal weiter, um es halbwegs zu verstehen. You will be steadily loyal to the truth and action. Also, im Prinzip geht es darum, dass du loyal bist und wirklich stetig. Du bist loyal zu der Wahrheit und zu der Aktion. Das heißt, hier geht es gefühlt darum, wenn ich das jetzt mit meinem Wort, was jetzt fehlt, hier übersetze, geht es darum, dass du ständig und stetig weiter arbeitest und quasi committed bist zu der Wahrheit und zu dem Thema in die Aktion gehen. The noble one has a direction in mind. Also, der noble, die noble Person hat eine Richtung in den Gedanken. But not the route planned out. Aber der Weg, der ist noch nicht geplant. Das heißt, du hast quasi ein Ziel, aber du weißt noch nicht genau, wie du es erreichst. At first there are many possibilities. Also, am Anfang hast du viele Möglichkeiten. But once you begin, also sobald du beginnst und startest auf dieser Reise, guidance and signs can be received to light your way. Führung und Zeichen werden sich dir offenbaren, um dir den Weg zu zeigen. Fragen, die hier gestellt werden. How are you being guided? Wie wirst du geführt? Und ganz speziell natürlich jetzt im April. How can you lend your strength? Wie kannst du deine Stärke, also das, was dich ausmacht, deine Stärken ausleihen? Lend? Würde ich sagen, lend? Ja, sorry Leute für dieses halbwegs Deutsch-Englisch translated. Aber ich denke, grundsätzlich ist es hier klar. Es geht darum, dass man eine gewisse Richtung hat. Man weiß noch nicht den ganzen Weg. Sobald man anfängt, den Weg zu gehen, wird er sich dir offenbaren. Du wirst Zeichen bekommen, Synchronicitäten, du wirst geführt sein. Also, achte darauf, wie du im Monat April geführt wirst. Und vor allem, ich habe auch das Gefühl, was sind deine Stärken, die du mitbringen kannst in die Situation. Und jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal weiter an. Das Erste, was ich machen möchte, und zwar, weil ich den Aspekt schon einmal vorhin genannt habe. Du bist hier im Hause der Maus und die Maus steht für Kummer und Sorgen. Es gibt also irgendwas, was dir hier Kummer, Sorgen bereitet oder was dir Zweifel bereitet. Ich möchte einmal schauen, wo ist denn, aha, haben wir hier im Hause deiner Beziehung. Wir haben hier also eine Situation innerhalb einer Beziehung, die dir Kummer uns Sorgen bereitet. Das Thema könnte auch Verlust oder Verlustängste sein. Schauen wir uns einmal das weiter an. Da sehen wir den Ring hier. Der ist im Hause des Schiffes und das Schiff macht wieder Sinn mit dem hier, wo wir ja auch schon hier den Aspekt hatten. Partners with creative force in the flow of creation. Also die kreative Macht. Man ist im Flow vom Erschaffen mit einem Partner hier quasi zusammen. Es kann natürlich sein auch, dass es bedeutet, dass du im Flow bist und dass du quasi, dass du selber Partner bist mit der kreativen Macht, die dich umgibt. Also es muss jetzt nicht zwingend sich auf eine menschliche Person beziehen, sondern kann sich auch darauf beziehen, dass du quasi jetzt im Flow bist mit dem Thema, mit der Urquelle, wo die Kreativität, sage ich mal, durch dich fließt und du gemeinsam in Co-Kreation mit dem Universum jetzt erschaffst. Aber wir haben diesen Aspekt mit Partnerschaft, der hier sehr, sehr nah ist ebenfalls. Also irgendeine Beziehung in deinem Leben. Das kann sein, dass es eine Beziehung in der Ferne ist oder dass hier eine gewisse Distanz eine Rolle spielt, weil der Ring ist im Hause des Schiffes. Das Schiff steht aber auch für eine gewisse Zielsetzung und das Schiff schließt hier wieder auch an dir an. Also grundsätzlich, was ich hier einmal sehe, ist, dass du dich reinbewegst in das Thema Erfolg. Und das haben wir ja hier auch. Von der Quelle kreierst du Erfolg. Und das ist auch das, worüber du nachdenkst. Das Thema Glück und Erfolg erschaffen und kreieren. Wir sehen hier, wie gesagt, mit dem Schiff, du fließt rein in die Sonne. Oder du nicht fließt, sondern du, ja, Flow. Du bist im Flow. Und du startest hier quasi, das kann sein, dass du darüber nachdenkst, aber es kann auch sein, dass sich das bereits manifestiert. Du hast hier gefühlt einen erfolgreichen Neuanfang, der sich in deinem Leben manifestiert. Und dieser Neuanfang ist A, im Hause der Sterns. Also was ist vorherbestimmt? Da kannst du sagen, dieser Neuanfang ist vorherbestimmt. Du kannst aber auch sagen, dass was wird erfolgreich? Ein Neuanfang wird erfolgreich. Also das sehen wir hier zweimal. Also es gibt einen Neuanfang, auf dem bewegst du dich zu. Was mir gerade gesagt wird, auch tatsächlich jetzt recht schnell. Dieser Neuanfang kommt jetzt recht schnell. Dieser Neuanfang ist vorherbestimmt und wird sehr gut werden. Hat aber gefühlt noch was damit zu tun. Hier ist noch eine Entscheidung, die getroffen wird und die fällt gefühlt schwer. Oder es gibt hier gewisse Belastungen, die zu tun haben mit einer gewissen Entscheidung und Optionen. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Ding, dass du, wir haben es hier gerade schon auf dieser Karte gesehen. Vielleicht wusstest du nicht so genau, okay, in welche Richtung geht es jetzt? Was sind die nächsten Schritte? Wie entscheide ich mich jetzt? Und es kann sein, dass es da gewisse Belastungen gab. Vielleicht, was das Thema auch Arbeit oder Stabilität anbetrifft. Gerade wenn man in so einen Neuanfang geht, dann kann es natürlich sein, dass einem auch in gewissen Aspekten manchmal ein bisschen Stabilität fehlt. Das könnte ein Aspekt hier sein. Oder, okay, was ich gerade höre, die mehr klassische Bedeutung vom Anker ist tatsächlich auch das Thema Ziel. Also hier ist gefühlt ein Ziel, was du hast und das sehen wir zweimal. Das sehen wir einmal durch das Schiff und weil der Anker im Hause des, ähm, ähm, im Hause des, sorry, Kreuzes ist. Die Botschaften, die ich für dich bekomme und da möchte ich noch einmal dazu sagen, dass ich auch immer intuitiv Botschaften bekomme, wenn ich in die Karten reingehe, so. Ähm, was ich gerade wahrgenommen habe, ist, dass irgendwas eine schwere Reise war. Du hast hier eine, auch wenn es jetzt ganz schnell geht, aber um da hinzukommen, dass du jetzt relativ schnell in diesen Neuanfang gehst, der sehr vorherbestimmt, sehr positiv, sehr erfolgreich ist, ich habe das Gefühl, das war ein harter Weg. Die Reise, die hinter dir lag, die war hart, die war karmischer Natur, da waren Lernaufgaben, da waren Belastungen. Und wir sehen auch, dass das ein oder andere hier in der Vergangenheit endete. Also wir sehen den Sarg hier, Ende, Stillstand, Belastung. Also eine Reise hat sich gefühlt extrem schwer angefühlt für die Stiere von, wo du jetzt quasi herkommst, ins Jetzt. Jetzt geht es gefühlt aber ganz schnell und du wendest dich diesen Neuanfang zu. Es gibt gefühlt noch eine Entscheidung, vielleicht mehrere kleine Entscheidungen, wo du, sage ich mal, ähm, wo die gefühlt noch zu tun haben mit irgendeiner Belastung in deinem Leben. Du wendest dich von dieser Belastung allerdings ab. So, lass uns mal weiterschauen hier. Also, was wir ebenfalls noch hier sehen, ist, ähm, es endet hier etwas, ne, wenn man das, das Ende, es gibt ein paar Unklarheiten, was gefühlt dieses Glück angeht, also die, die Energie, die wir hier haben, ist, ähm, was das Thema Glück und Erfolg angeht. Es gibt so ein paar Unklarheiten, die dir gefühlt noch, ähm, ein bisschen Stress verursachen hier. Und ich hab das Gefühl für all diejenigen, na, egal in welchen Lebensbereich das fällt, also, wir haben nämlich die Vögel hier im Hause des Mondes. Und traditionell gesehen mit dem Nenament steht der Mond für Anerkennung und Wertschätzung, arbeitsmäßig, als auch, was ein gewisses soziales Umfeld anbetrifft. Und ich hab das Gefühl, dass es hier irgendetwas gibt, äh, was, ähm, wo das Thema Erfolg oder Glück im Unklaren ist, für einen gewissen Zeitraum, aufgrund dessen, dass es hier ein bisschen Nervosität und Stress gibt, was das Thema Anerkennung, Wertschätzung angeht. Und das kann sich hier beziehen. Jetzt schauen wir da mal einmal weiter drauf, auf das Buch. Buch kann im wahrsten Sinne des Wortes sein, für all diejenigen, die einen Kurs machen, für all diejenigen, die einen Kurs geben, für all diejenigen, die eine Weiterbildung machen oder andere ausbilden, ähm, oder irgendwas dazu lernen. Hier ist quasi, was vor dir liegt, ist jetzt neues Wissen, neue Informationen, die zum einen erstmal auch für ein bisschen Nervosität und Stress hier sorgen. Aber dieses Wissen, was hier liegt, ist im Hause deiner, der Liebe, also im Hause einer Herzensangelegenheit. Das heißt, dieses Wissen, was hier neu ist und vielleicht mit ein bisschen, es könnte auch positive Aufregung sein, aber intuitiv habe ich das Gefühl, es gibt ein bisschen Nervosität und Stress, weil du vielleicht nicht genau weißt, okay, wie wird das angenommen? Bekomme ich die Anerkennung und die Wertschätzung, ja oder nein? Und das haben wir zum einen hier, das ist eine Herzensangelegenheit, worum es hier für dich geht. Auch, weil das Buch gespiegelt ist hier auf das Herz und weil, ähm, wenn wir uns das mal hier anschauen, sehen wir tatsächlich auch neues Wissen, neue Informationen. Hier ist Erfolg, hier ist tatsächlich auch eine sehr schicksalhafte Veränderung in deinem Leben, die zu tun hat mit diesem Neuanfang, mit diesem Erfolg. Klar, ein Neuanfang sagt auf gewisse Art und Weise natürlich immer, es verändert sich irgendwas, weil etwas Neues in dein Leben kommt oder weil etwas Neues startet, ein neuer Abschnitt startet. Insofern haben wir hier immer das Thema Veränderung, aber wir sehen das hier ganz klar. Ein vorherbestimmter Neuanfang und ein Neuanfang, der Erfolg bringt. In einer Herzensangelegenheit, die zu tun haben kann, auch vielleicht mit dem Thema Buch und Schreiben, Kurs, Lernen, Ausbilden, Weiterbilden oder dass da, was diese Situation anbetrifft, eben ein Wissen liegt. So und jetzt wird es nochmal spannend. Dieses Wissen ist gefühlt der Schlüssel, das Teil einer Lösung hier. Und das ist spannend, weil im Hause des Buches ist der Schlüssel. Das heißt, dieses Element von Lernen, Lehren, Weiterbilden, andere oder sich selbst oder Buchschreiben oder Lernen, etwas dazulernen, Wissen, was jetzt dazu kommt, was auch immer das ist und das kann für euch wirklich unterschiedlich sein. Das sind alles die Aspekte, die mit dem Buch kommen. Deswegen muss ich in die Aspekte reingehen und das einmal so weit fächern. Was da auf dich zukommt, dieses Neue, ist ein Schlüsselelement für dich. Oh mein Gott! Und ist sogar der Schlüssel hier für das Thema Anerkennung und Wertschätzung. Der Schlüssel spiegelt sich auf die Blumen. Blumen können für Anerkennung und Wertschätzung stehen, genauso wie der Mond. Anerkennung, Wertschätzung. Es gibt da diese Unklarheiten, aber das ist gefühlt der Schlüssel für dich. Was wir ebenfalls sehen können hier, dass wir noch eine Kommunikation haben. Also Kommunikation ist ebenfalls Teil eines Schlüssels. Kommunikation bezieht sich hier auf die andere Person, wer auch immer diese andere Person ist. Nun, mit dieser Person gibt es hier gefühlt ein paar Komplikationen und Umwege, was das Thema Anerkennung und Wertschätzung angeht. Also, das könnte natürlich jetzt für all diejenigen, wo das eine Situation im Privatbereich ist, eine Privatperson sein. Es könnte auch eine Mutter, eine Freundin, eine andere Frau sein. Aufgrund dessen, dass wir hier die Schlange im Hause der anderen Person haben, könnte also quasi die Energie der anderen Person generell sein. Aber ich habe das Gefühl, hier findet noch eine wichtige Konversation statt zum Thema Anerkennung und Wertschätzung hier, was eine Herzensangelegenheit von dir angeht. So, lass mich mal weiterschauen. Was haben wir denn hier noch? Du bist auch gespiegelt auf die Finanzen. Finanzen, das Haus und dann auch noch die Sonne. Das Schöne ist, dass die Sonne ein extrem positiver Einfluss ist und der strahlt direkt über dir. Du dürftest also, auch wenn wir hier noch Belastungen haben, die noch an dir dran sind, die aber Teil der Vergangenheit sind. Ich habe das Gefühl, du bist im Monat April gesegnet mit Energie, mit auch vielleicht Erfolg. Das Thema kann immer Erfolg sein. Du bist mit Glück gesegnet, mit Erfolg, mit neuer Energie, mit neuer Strahlkraft. Und da sehe ich definitiv eine ganz, ganz große Segnung für dich. Eine Sache möchte ich mir noch anschauen, weil du bist hier eben noch auf diese Situation gespiegelt. Auch das Thema Finanzen können hier, lass mich mal ganz kurz schauen. Gucke dir das mal an. Im Hause der Finanzen haben wir eine Veränderung. Die Veränderung ist positiv, erfolgreich und vorherbestimmt. Die Finanzen sind auf dich ebenfalls gespiegelt. Also auch finanzielle Aspekte spielen hier eine Rolle. Das Thema könnte für dich zusätzlich noch sein, jetzt wo vielleicht ein bisschen Erfolg hier liegt, erfolgreiche Finanzen, sich finanziell abzusichern. Das könnte noch ein Zusatzthema sein, was ebenfalls noch eine Rolle für dich spielt. Und bevor wir jetzt ins Tarot gehen, möchte ich noch weiter schauen, weil ich habe noch eine Sache hier. Und zwar sehen wir hier in deinem Haus die Aktion. Du gehst mit irgendwas in die Aktion, in die Bewegung. Es kann sein, dass du grundsätzlich sehr aktiv bist. Aber was wir hier sehen, diese Aktion oder diese Bewegung ist auch herausfordernd. Warum? Weil gefühlt hier etwas gekürzt wird. Also, du gehst mit irgendwas in die Aktion, in die Bewegung. Diese Aktion und Bewegung ist herausfordernd, aufgrund dessen, dass hier etwas losgelassen und gekürzt wird. Es kann sein, dass es vielleicht nicht zwingend losgelassen und gekürzt wird, aber dass es sehr, sehr harte Arbeit ist. Die Sense steht auch für, okay, irgendwas ist harte Arbeit, irgendwas ist anstrengend. Es könnte sein, dass hier wirklich hart erarbeitet die Finanzen und der Erfolg ist. Also das nochmal als Zusatz. Ja, jetzt ist es sehr spannend. Ich möchte gerne die, wie man so schön auf Englisch sagt, die Dots connecten. All diese Informationen, die wir jetzt bis hier haben für dich, für deinen April, möchte ich mir jetzt anschauen mit dem Seelenreisetarot. Und das Ganze machen wir jetzt mit dem keltischen Kreuz. Aber ich sage immer, das ist das erweiterte keltische Kreuz, weil ich noch Zusatzbotschaften bekommen möchte. Quasi, warum passiert das Ganze? Was ist der Grund, warum du jetzt im April in dieser Situation bist? Und auch nochmal schauen, was ist denn der Tipp für dich eigentlich im Monat? Ich habe auch meine Kyle Gray Orakelkarten und meine Monology Orakelkarten da. Auch damit werde ich Zusatzbotschaften ziehen für die Situation, auf die das hier, sage ich mal, für dich, mit der das resoniert. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Aspekte, die jetzt ein bisschen weiter gefächert waren, aber dass das alles Aspekte sind, die wir gegebenenfalls gleich auch sehen, wie sie zusammenkommen. Es gibt einmal diesen finanziellen Aspekt hier. Wir sehen, du bewegst dich weg, hast eine schwere Reise hinter dir, gehst jetzt rein in einen Erfolg, in dein Schicksal. Es ist noch eine Entscheidung hier, mit irgendwas in die Aktion zu gehen, was herausfordernd ist, weil es a, harte Arbeit ist, Finanzen, die hart, sage ich mal, verdient werden, oder weil b, hier irgendwas gekürzt werden muss oder irgendwas kürzt. Wir sehen eine Veränderung in den Finanzen, die ist sehr positiv. Wir sehen es nagt an einer ganz bestimmten Partnerschaft oder Beziehung, da gefühlt gibt es eine gewisse Distanz oder es gibt eine gewisse Zielsetzung, sage ich mal. Der Schlüssel ist das Buch, Wissen, Informationen, Fakten, etwas dazulernen, etwas lehren oder ein Buch oder schreiben und dann sehen wir noch eine signifikante Konversation mit dieser anderen Person, mit der es Komplikationen und Umwege gibt, sehr wahrscheinlich zum Thema Anerkennung, Wertschätzung oder zum Thema gegebenenfalls auch Treffen. Das Ganze einmal, sage ich mal, abgerappt, englisch-deutsch, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einmal an, wie die Situation weiter aussieht, wie gesagt, mit dem keltischen Kreuz. Du kannst mir jetzt einmal gerne folgen und zwar unter diesem Video findest du die beiden Links zur Erweiterung. Du kannst entweder den ersten Link unter diesem Video anklicken, dort kommst du zu Vimeo und auf Vimeo hast du die Möglichkeit, dass dir das Einzelvideo freigeschaltet wird und auch, dass du das Video runterladen kannst, für den Fall, dass du das möchtest. Link Nummer zwei unter diesem Video ist der Link zu Patreon und da hast du die Möglichkeit mit der Mitgliedschaft, dass dir immer alle Erweiterungen direkt freigeschaltet werden. Auch die Erweiterungen vom kompletten letzten Jahr. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Dabeisein und ich hoffe, die Legung hat dir ein bisschen geholfen, dich unterstützt. Ich starte jetzt mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen. Also bis gleich.